moin moin liebe leute und herzliches willkommen zurück zu green hell ja mit bedauern muss ich leider sagen ich hatte eigentlich schon eine folge aufgenommen aber irgendwie hat die abgebrochen ich habe es leider erst zu spät gemerkt ich bin hier an diesem fischerhafen angekommen wie man sehen kann hier ist nicht wirklich was hier steht nix hier steht einfach nichts ist nichts da also das heißt aber was ich gemerkt habe hier das wasser ist nicht versorgt und ich würde mir hier ganz ehrlich was aufbauen muss ich aber erst mal zu sehen hier wasserspender baue ich ja am besten gleich zwei stück auf ganz klar da läuft zwar immer so typi rum aber vielleicht kriege ich das in den griff ich bin mir sonst nicht sicher wo ich sonst gut oder warte mal nee hier habe ich frisches wasser das will ich dann doch genießen frischen wasser wobei braucht man das wenn ich das da aufbau dann habe ich das ja eigentlich na ja hat man eigentlich recht hier läuft der typi halt immer rum bin gerade überlegen nicht so wie suchen selber aufbauen muss ja wobei ne komm ne scheiße okay warte mal ich bin hier ich habe noch keine karte aber wenn ich jetzt richtung 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 osten glaube ich gehe müsste ich noch mal über diesen kleinen fluss rüber nicht glaubt da kommt irgendwo irgendwo was eine stelle wo ich gut bauen kann ja ja jetzt kommen rüber ach guck mal hier fangen auch die verseuchung an oder soll ich mir das drogenlabor angucken den drogencamp nee oder ach scheiße ich bin sowas von unsicher grad wo ich hier was mach weißt du ein bisschen zentral bisschen zentral wäre nicht schlecht mal hier zum beispiel na das finde ich ja nie wieder das finde ich nie wieder ich muss eine stelle haben wo ich eigentlich schon gut wieder finde oh man leute keine nuss keine nuss hier ja da bin ich jetzt bei mir irgendwie klar baue ich einfach da und hier ist mir das jetzt etwas unklarer ich glaube doch beim fischer haben da finde ich auf jeden fall eigentlich immer wieder zurück oder ich gucke mir das camp mal an ich muss mir auf jeden fall irgendwas aufbauen so viel ist sicher ich glaube ich muss mich erst mal hier orientieren erst mal gucken da kommt so ein typi sauber abgestochen wobei das hier natürlich auch ein echt schönes plätzchen ist ich glaube ich mache das einfach komm ich baue mich einfach hier ab hier hin lang genug überlegt ich baue mich hier einfach hin ich mache erst mal ein so ein ding fertig geht der auch zum abschlagen noch und die holzscheitel die brauche ich auch später dann damit dann aber mal platz hier ich sehe nix keine seile mehr ok haben wir doch gleich stöcker hier auch noch mal einnehmen einsammeln ja ich baue mein lager hier auf ich werde es mir hier gemütlich machen hier ist noch mal ein nussbaum es wird natürlich wieder eine weile dauern bis ich jetzt hier entsprechend was aufgebaut habe auch die ganze seile ja viele seile sind jetzt gerade nicht da ist noch mal vielleicht reicht das ja vorerst mal ich bin ich bin die bananenblätter hier auf der map müssen wir natürlich auch wieder ordentlich ordentlich suchen die legenden dann die ganze giftmüll dinge also schon ein bisschen was zu tun mit dem bin ich mir nicht sicher ob da eine banane wachsen würde oder nicht na naja egal recht mit ihr so okay hier schon mal ein schildkrötenpanzer ein haben wir noch mal zwei seile ich brauche schon ein paar seile okay seile hängen hier nicht gerade sonderlich viele rum naja und stöcker hier ist stöcker 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 über stöcker habe ich immer da ist noch ein langer da ist noch mal ein langer und da lang auch seile da noch mal da hinten ist ein kleines lager von dem das mache ich aber bei gelegenheit kaputt noch ganz viele von diesen lianen das lager das lager ja erst mal wieder eine kleine grundversorgung hier das lager und da ist noch mal ein tabakverband mehr ja 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 mal das noch banalen blätter nehmen wir mal mit aber schön ne auch ein bisschen schön zu sehen das ganze ding hier eigentlich noch gar nicht so entwickelt ist wie beim letzten mal also hier muss man tatsächlich noch sehr viel selbst machen da kann man sich nicht in ein gemachtes nest packen echt jetzt ein bananenblatt hatte das lag da vorne wo habe ich das jetzt zerschnippelt keine ahnung so das ist auch schon voll na dann komm her nehme ich dich halt so dann steht nämlich schon mal die wasserversorgung wasserversorgung steht jetzt muss ich mir überlegen ich brauche auf jeden fall einen rahmen wenn ich den ich baue den dahin so erstmal das da das muss auch gleich weg naja komm zur seite die brauche ich ja fürs dach kämpfen so lange stöcker mal zwei stück noch mal zwei lange stöcker wo könnte ich denn da langer stock musste andere lange stock ja ich glaube ich mache das wieder wie beim letzten mal so nebenbei mal ein bisschen aufbauen auch noch richtig so ein dächlein drauf ein dächlein drauf ein palmendach nämlich weil ich ja hier schon so viele palmenblätter habe also noch sechs stück vollkommen ordnung sechs stück wo seid ihr wo seid ihr da seid ihr ganz praktisch ich kann ja auch genau sechs stück mitschleppen so direkt gleich speichern direkt gleich speichern okay okay auf geht's also da brauchen wir auch ein bett ne warte mal wenn ich hier noch mal ein rahmen das geht nicht da ist was im weg das ist immer noch was im weg alles klar immer noch was im weg wie geht jetzt jetzt aber genau ok war ja ein baum ja ich würde schon das lagerfeuer machen kleiner stock großer stein feuer kann aber der war schon nicht toll na ja jetzt echt kann ich jetzt hier echt nicht online so ein scheiß aber darauf kann ich okay so warte mal ich habe glaube ich ein egel total dreckig ach du heiliger stroßschiss total der dreck spatz bin ich hier ja im bett im bett sollte man machen muss bald schlafen ok und einmal noch waschen ja das bett na das wird jetzt gleich wieder eine tortur wäre na ja klar ich kann da überhaupt nichts machen dann mache ich hier das bett beiden blätter noch mal das sind bananenblätter hier ja ich weiß du musst dich gleich ausruhen bin schon dabei eine zu bauen bin schon dabei dir ein bettchen zu bauen der lange stöcker muss ich nachher wieder suchen so was brauche ich hier noch mal ein paar stöcker mal ein paar stöcker der aufbau eines neuen lagers sehr interessant gell hier werde ich dann immer von der anderen seite reingehen müssen passt ja sie da die steine noch kein problem dann hat er mal bananenbauen nee warte noch mal nee äh bin ich jetzt blöd wo sind meine setzkasten doch nicht bei den pfeilen nee da großer setzkasten ach guck mal hier geht's ok stock 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 goldscheitel aber ich muss jetzt erstmal ein kurzes dickerchen machen ja das dauert jetzt erstmal ein bisschen lang bis ich da jetzt mal wieder ordentlich was habe vor allem so schmutzig ich glaube der hängt da falsch oh shit der hängt da ein bisschen falsch mist ok dann baue ich dich da hin ach ja viele sind da um gemacht zu werden ja langer stock lange stock habe ich jetzt gar keine mehr rausbekommen da ne na klasse aber ich brauche auch was zu essen was zu mampfen ich sollte gucken dass sie das lagerfeuer aufgebaut bekommen weißt du hier läuft sogar auch jedes mal so ein Viech rum ähm was für eine Falle nimmt man denn Stachelfalle, Bogenfalle, Sperrfischfalle, große Sperrfischfalle 50 Stöcke doch ok oder? und ja das mache ich aber nebenbei jetzt erstmal das wichtigste hier muss auf jeden Fall gucken ob sich's lohnt aber Holzscheitel, langer Stock ja komm nämlich die hier so Holzscheitel kurze fuck ey ja also meine alte Stelle gefühlt mir echt gut gut da hin warte da ist ein großer Stein den nehm ich schon mal mit den nehm ich schon mal mit ah boah weg mit dir ekliges Vieh du so warte mal wo ist mit der andere lange Stock da liegt der mhm ah ok 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 so so ich will ja mit dem Bananenbaum schon mal wachsen lassen ja das Ding natürlich eigentlich auch so 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 warte da ist noch ein langer Stock ok ja ok ja die Dinger sind schwer zu kriegen ne so so Holzscheitel genau suchen wir mal einen Bananensamen, den hat ich doch schon gehabt perfekt perfekt ok sauberes Wasser ok vier lange Stöcker die habe ich doch mit da bereit gelegt da mal der zweite Wasserfilter da ist ne da mal der zweite Wasserfilter da ist ne Lahnblätter also wir merken uns diese Dinger nicht zu nah an diesem Wasser bauen weil sonst sind die mit dem falschen Wasser gefüllt ne oh guck mal da ist ne Banane dran und dann essen wir die mal ah ich brauche auch was Fleischiges langsam ne ich brauche auch langsam was Fleischiges dazu müsste auch erstmal mein Lagerfeuer damit fertig werden ich brauche ja nur noch drei große Steine und dann noch ein paar kleinere mal mal sind dicke Holzscheitel noch die ich brauche ok das ist ein langer Stock ich brauche sowieso wahrscheinlich auch gleich hier ok wo bist du wo bist du so Stock Stock und Stein ok eine Liane die liegt hier kleiner Stock ok kleiner Stock und nochmal ein paar Seile ne nochmal ein paar Seile oh was ist denn jetzt schon wieder ok nochmal ein paar Liane da hinten ok so scharf machen so scharf machen ja äh 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 ging doch sonst auch immer hier kann ich dich grad nicht scharf machen kann ich dich grad nicht scharf machen ah keine Ahnung ich jetzt achso die ist schon scharf lol auch ich wieder ne alles klar ach ah Mann oh Mann ok meine Lieben dann würde ich aber auch sagen es ist Schluss für heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder tschüss die mit 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 Vielen Dank.